Hallo Freunde, es geht weiter mit Ebola 3. So, jetzt noch kurz das Antivirus fertigstellen. Habe ich das fertig, ey? Wir machen zuerst nochmal diese Rolle weg. So, gehen wir nochmal zurück. Dieses blöde Rätsel hier. Was ist denn das denn schon wieder? Hat der alles wieder zurückgesetzt oder was? Ach, ich dachte, die wären jetzt schon wieder am Leuchten oder so. Jetzt muss ich den ganzen Mist jetzt nochmal machen. Also, okay, ich habe mir das ja notiert, soweit. Äh, hellblau, B6, weiß, R14, Holz. So, jetzt G51, Rot, Peach, das daraus glaube ich, und B6. So, R14, äh... Was habe ich da notiert? Phosphor. Oh, wie stimmt das? Phosphor, hellblau, orange, Peach. Ich habe eins von beidem. Ah, okay, das war dann... Okay, dann streiche ich das mal durch, das orange. So. So, jetzt kommen wir wieder zu dem letzten Mist, was gestern nicht geklappt hat. Weiß. Peach. Äh, das kann doch da hinten das sein, anstatt Peach. Weil das ist ja neu. Das haben wir noch gar nicht benutzt. Äh, ich probiere das dann nochmal. Phosphor. Rot geht ja nicht. Ja, toll. Also nochmal. Äh, weiß. Jetzt nehmen wir mal das hier. Äh, Phosphor. Und Rot. Schleiße, wieso geht das nicht, ey? Ich habe unter dem Phosphor noch ein Blau stehen. Ah. Äh, weiß. Äh. Nehmen wir mal das hier. Phosphor. Ah, jetzt habe ich wieder Phosphor genommen. Ich hätte die, ich wollte Blau nehmen. Also nochmal weiß. Was ist da? Hellblau und Rot. Klappt nicht. Äh, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Müssen wir nochmal, müssen wir nochmal, müssen wir nochmal lesen. Das kann doch nicht sein, das letzte hier. Wir spammen im See. Süßwasser. Ich trank Orangen-Soda. Ja. Hier steht Orangen-Limonade. Und das war das leuchtende Orange, das Peach. Die Peach-Farbe. Diese Pfirsich-Farbe. Oder Aprikosen-Farbe. Ähm. Das müsste, denke ich, das Gleiche sein. Orangen-Limonade oder Orangen-Soda. Ist auch das Gleiche. Und mein Freund trank Blaues-Soda. Blaues-Soda. Das scheint aber nicht hellblau zu sein, dann. Weiß. Peach oder Orange. Dann Blaues-Soda. Und dann Rot. Also Weiß. Das muss das da sein. Kann aber auch da vorne das Orangen sein. Nee, kann nicht sein. Okay, dann geht's wieder weg. Also muss das hier sein. So, Blaues-Soda. Das kann die B6-Null sein. Auch nicht. Ach, Mann. Ist doch nicht wahr, ey. Es gibt doch nur die Blauen hier. Da wird's nur nicht sagen, dass das da hinten vielleicht das ist. Tatsächlich, Alter. Ihr Penner, Alter. Das sieht doch nicht blau aus. Dass da blaue Limonade oder blaues Soda, das sieht... Das sah für mich rosa aus. Aber wir haben's, Antivirus. So, was nun? Jetzt stelle ich mich mal drauf ein, dass, äh... noch was passieren wird jetzt. So, was steht denn hier? Antivirus anwenden. Das heißt, wahrscheinlich muss ich zurück... zu dem Mädchen im Bad, weil der Vater irgendwie ja infiziert ist. Oder muss ich das Zeugs nehmen? Gut. Let's wait for the Antivirus to work. Ah, er hat's genommen. Okay. 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 Tut sie schon was? Oder... Geht das jetzt nämlich so weiter? Oh! Das jetzt. Was? Ach, was? Ich muss bewegen, Alter. Angriff mit der linken Maus, das ist Ziel. Der Impfstoff ans Gehirn liefern. Ach so, ich muss da was tun. Ich guck die ganze Zeit jetzt zu, Alter. Ich stehle euch jetzt auf, aber ich hatte gerade erstes Ahnen hier. So, eine Kacksteuerung, Alter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Guck mal, was würde ich da in welchem Ausgang nicht... ... ... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das muss so ein Nanobot sein, oder so was. Oh, jetzt haben wir zwei, drei Gänge haben wir jetzt, dann werde ich mal da lang gehen. Vielleicht kommt da auch nochmal ein Monster, oder ein Virus besser gesagt. Ich kann aber auch alle drei pfeifen. So, jetzt noch das hier. Ist das das Gehirn aus? Was ist das? Geh mal runter hier. Was ist jetzt passiert? Was? 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 Es war nicht eine gute Idee, eine erhöhte Dose des Virus auf dem ersten Platz zu nehmen. Das ist es. Oh Gott! Oh Gott! Das war ja doof! Wir werden das gleich nochmal probieren. Oder? Das ist eine gute Idee, oder? Was noch nicht? Das ist das nicht? Das war ja. Ihr seid. Das ist das? AAAAAHHHHHHHHHHH Also, las den Scheetten nicht auf mich ruhen, also... Was Cheats auf Papier notieren... ...werd ich jetzt garantiert nicht machen. So. Hab mirs also nicht notiert. Ich werde das Ganze nochmal machen. Das ist ja ein bisschen ein Schreier. Ich bin wirklich schon vorbei. Ich dachte, ich könnte auch in die U-Bahn und in die Stadt und so. Also, ich muss das nochmal probieren. Komm, ich lasse die Rolle sich gerade bei mir. Diese Abspeicherrolle da. So, jetzt müssen wir den ganzen Mist noch mal machen hier. Wo ist mein Zettel? Hier. Also, hellblau. B6. Weiß. R4C. So. G51. Ja, rot. Peach. Und B6. R14. Phosphor. Hellblau. Und was habe ich hier nochmal? Hellblau und Peach. So, das letzte jetzt. Mal gucken. Weiß. Peach. Phosphor. Dann nehmen wir das hier. Und rot. So, das Ding haben wir jetzt. Kann ich nochmal eins machen? Nee. Okay. Okay, also, äh, ja, keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Ist eigentlich relativ egal, wo ich das mache. Mal ja gesehen, der ist zurückgelaufen zu den Mädchen. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal in den Aufzug gehen und das Zeugs benutzen. Das war ja echt komisch jetzt, ey. Dass es wirklich schon das Ende ist von dem Spiel? Gut, let's wait for the anti-virus to work. Hm. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt weiß ich wenigstens was zu tun ist. Okay. Komm, beweg dich, Junge. Ich habe keine Ahnung, warum ich gestorben bin. Hat es vielleicht so lange gebraucht? Das lässt mir jetzt keine Ruhe, ey. Wenn ich jetzt wieder sterben sollte, dann, äh, weiß ich nicht, ob das Spiel hätte weitergehen sollen. Ob das, äh, so oder so das Ende wäre. Mann, warum dreht er sich immer da hin? So, die Frage ist jetzt, wo soll ich lang gehen? Ich gehe mal, ich gehe mal da lang. Äh, und jetzt? Da ist nix. Sackgasse. Glaub ich, dass das das Gehirn ist. Ich gehe mal wieder hier rein. Das sieht doch mal gut aus. Hier geht's doch gut. Ich denke mal, umso mehr von den Gehirn werden auf uns gekommen. Hier geht's doch mal, umso mehr von den Gehirn zu llegar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganz schön weiter Weg bis zum Gehirn, Alter Ja, da scheint nichts mehr zu kommen Sieht gut aus Das Gehirn ist ja noch nicht so überfallen, deswegen denke ich mal, das sind saubere Kanäle hier Oder das Virus startet nochmal an Endangriff, keine Ahnung Oh, was nun? Äh, scheiße Soll ich gerade ausgehen, oder? Da ist noch was Da soll ich nicht rein Obwohl das auch das Gehirn sein könnte Es sieht mir aus wie ein Gehirn Ja, toll, ey Tolle Verha- Bin ich im Kreis gelaufen? Äh, geschwommen Kann nicht sein Wo ist das Gehirn hier, Alter? Sag mal Tja, Leute Ich, äh Da war ich doch schon, oder? Bin, glaube ich, im Kreis geschwommen Ich geh nochmal da lang, Alter Kann sein, dass es doch das Gehirn war Und ich hätte alle Zellen vernichten sollen Und das habe ich jetzt vielleicht gemacht Das heißt, die Kanäle müssen jetzt alle sauber sein Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren Ja, das ergibt Sinn Ja, vielleicht bin ich zum Gehirn zu früh geschwommen Hab nicht alles sauber gemacht Alle Rückstände da Das sieht aber jetzt gut aus Also würde ich dann nächstes Mal rechts abliegen zum Gehirn Vielleicht haben wir es dann geschafft Wenn ich wieder faile, dann lassen wir das halt das Ganze Also das macht dann keinen Sinn Aber wie ich denke, sieht es so schon gut aus Ich sehe hier keine Viren mehr Keine bösartigen Zellen Ich denke mal, ich habe es geschafft Da muss man erstmal drauf kommen, dass man erstmal alles säubern soll Ich dachte, ich muss so schnell wie möglich mir einen Weg suchen zum Gehirn Jetzt müssen wir gleich wieder da hinkommen Hier sind wir wieder, genau Von da Ja So Und jetzt werden wir Ich denke nicht, dass oben noch was ist Jetzt werden wir da reingehen Mal schauen, was passiert Aufs Gehirn schießen kann ich nicht Ich gehe jetzt einfach mal da hin Oder ich gehe mal vorbei Da rein Das hat mich geholfen, Alter Der leck mich doch Ich habe doch alles sauber gemacht Aufs Gehirn Das ist es Das ist es Mein Gott Okay Leute, das Gleite haben wir letztes Mal gesehen Und ich würde sagen, dann beenden wir das Spiel hier Ich denke mal, ich habe alles richtig gemacht Ich habe alle Viren gesäubert Alle bösartigen Zellen gekillt Und trotzdem funktioniert das nicht Ich denke nicht, dass ich das Gehirn hätte vielleicht zerstören sollen Hätte ich da vielleicht drauf schießen sollen Das wäre auch Eine eventuelle Möglichkeit Kann ich das nicht überspringen? Nee, geht nicht Müssen wir uns das Ganze doch mal angucken hier Also ich sage mal Auf Wiedersehen Das ist das Erstmal das Wie soll ich sagen Lassen wir uns mal dabei Dass das Ende ist Ich werde aber nochmal Mal gucken bei anderen Leuten Wie es weitergeht Ob das Spiel überhaupt weitergeht Ob ich da einen Fehler gemacht habe Wenn ich einen Fehler gemacht habe Dann werde ich das nochmal probieren Ansonsten war es der letzte Teil Dann danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann bei den nächsten Spielen Bis dann, ciao